so hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework heute teste ich mal für euch die transformers von der firma leslie drei stücks steht drauf also drei stück einfach so sortiert sind die teile und eine neem hat das ganze pack von 24,6 gramm kann man dort lesen ich kenne die teile noch nicht habe ich aber schon zwei jahre liegen deshalb einfach mal anhauen die dinger und schauen was die teile so drauf haben viel spaß beim zusehen sie zünden jetzt auch direkt drei auf schlag wenn es klappt ja es klappt bin gespannt viel lustig sind die teile das ist ja geil von erst sagen ich wollte erst eben gerade noch sagen ja so wird ist f2 aber jetzt weiß ich warum erst hier strok den fontaine und dann sind das heftige brummer ja ich finde die cool aber könnte ruhig hat eins auch sein finde ich jedenfalls ja das waren die transformers von der slay so